Willkommen zu einer neuen Videoanleitung für das Spiel Marvel Sturm der Superhelden. In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du Einheiten kaufen kannst. Dazu klickst du auf dein Symbol Einheiten, suchst dir einen gewissen Geldbeutel aus. Hier ist zum Beispiel die Tony Stark Aktentasche. Klickst du auf jetzt holen und wir haben aktuell Guthaben 30 Euro. Klicken auf kaufen und fertig. Nun haben wir sozusagen Einheiten eingekauft. Nun kannst du die Einheiten wieder für Items verwenden, indem du auf Shop klickst, Items und zum Beispiel dir einen Energieshop kaufst. Wir holen, fertig.